So, da geht es hoch. Hier. Das war noch so ein Überweg. Den probieren wir doch jetzt einfach mal aus. Was denn da so ist? Schwachmagische Heilung. Ah. Ein Bogen. Was haben wir eigentlich für einen? Ist das auch ein Kurzbogen? Ja, wir haben auch einen Kurzbogen. Ok, ok. Also wieder runter und dann... gehen wir noch diesen Überweg. Und dann schauen wir mal... Da. Und dann da rüber. Was uns denn so da erwartet? Die haben wir doch auch aufmachen können. Oder? Dann haben wir die natürlich auch schon leer geräumt. Okidoki. Dann... ab da rüber. Mal gespannt, was uns denn so da erwartet. Da haben wir da so ein paar Piepmatzis. Aber die interessieren uns gerade nicht. Gnomis. Da haben wir mehrere Gnomis. Ja, komm her. So, jetzt bist du fällig. Ach. Der hat schon einen kleinen Wummens drauf, ne? So. Komm, halt einfach still, dann geht's auch schnell. Der hat gesessen. So, wie viele sind's noch? Noch zwei? Wow, 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 wow. Komm, halt still. Mal kurz und knackig. Halt doch mal still. Du willst auch noch direkt hier einen auf die Matte kriegen? Komm her. Kannst du haben. Du natürlich auch. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz ein bisschen Heilung nehmen. Und dann... ...nehmen wir die wieder alle aus hier. So, aber noch was. Da haben wir noch einen. Jetzt haben wir 5 von 15. Wir nehmen natürlich alles mit, auch wenn es jetzt im Einzelnen nicht so viel bringt. So eine kleine Waffe, aber im Gesamten, denke ich mal, kriegen wir dann schon ein paar... ...goldminziges. Aber wir haben auch noch kein Level, ne? Na, dafür ist es noch ein kleines bisschen. Ja, müssen wir gucken, ob wir noch ein paar... Ja, da kommen wir noch dran. Kollegen hier. Ach. So. Geiler. Ja, was war letztes... ...bisschen hier noch. Ja, so ein paar Gnome könnten ja gerne wiederkommen. Die finden wir eigentlich recht... äh... amüsant. Mittlerweile. So, jetzt hauen wir uns aber die hin. Komm her. Ach mal diese Pieksviecher hier. So. Ach. Ja. Ja, hätten wir das auch. Jetzt nehmen wir aber auch einen Halt. Sicher ist sicher. Ich weiß nicht, was mich noch hier so erwarten... tun tut. Bevor ich hier irgendwo... ...also wie gesagt... ...da sind Gnome... ...noch voll einfach einen Latz hier. Wie viel habe ich denn jetzt angelockt? Oh, ich glaube ich habe da... ...aber die machen wir doch... Blatt hier. Gar kein Problem. Na kommt. Da ist noch der Häuptling. Der ein bisschen mucken möchte. Oh, weiter mit da. So, jetzt haben wir nur noch den Häuptling. Ja komm. So, Levelaufstieg. Sehr schön. Nehmen wir uns wieder alles mit hier. Was hier so rum liegt. Von denen. Dann könnten wir uns eigentlich an das Feuer mal kurz setzen. Und die ganzen Sachen braten. Wir hatten ja einiges, was noch gebraten werden kann. Na guck mal hier die Hafenstadt. Und es wird auch langsam wieder dunkel. Weil so würde ich dann auch Oh, schön. Noch einen gefunden. Noch was gefunden. Was wir dann in die Stadt. Ja, wo ging der? Hafenstadt oder Ja, 23 Stück. Sieht richtig lecker aus. Riecht schon mal nicht schlecht. Ja, wunderbar. Schon ein Stückisch. Dann legen wir das nämlich jetzt wieder auf die 3. Das auf die 5. Wann? Da kommen die 2 oder 3 zu 7 hier. So. Ja. Zurück in die Stadt. Oder aber... Für die Hafenstadt lecker jetzt am nächsten. Gnome. Komm her. Sind die hier da oben. Wollen wir dich auch noch hier? Ja, pass mal auf Leute. Ich lasse mich von euch hier bestimmt nichts anflitschen, ja? Jetzt muss ich noch ein bisschen aufpassen. Wo war jetzt noch einer von euch Freaks hier? Ah, hier unten. Leute, ey. Hoppala. So. Okay. Geht jetzt mal bitte alle vorbildlich hier drauf, ja? Tut mir mal den Gefallen. So. Da unten. Du auch noch. Gehen wir da noch Ruhe ein? Ja. Da draußen. So. Aber. Wir gehen jetzt erstmal hier unten rum. Gucken mal, was denn hier so ist. Oh, Goldbrocken. Wir ziehen uns jetzt erstmal hier alles rein. Bücher. So. Ja. Ja, Freaks. Schön. Es werden immer mehr. Wir haben uns schon mal alles hier weg. Von denen. Die wir hier schon mal so killed haben. haben wir hier. Ja, das war ja schon mal wieder ein bisschen was. Okay. So, das haben wir schon geguckt. Hier kamen wir, glaube ich, her. Okay. Oh. Und nochmal. Ah, okay. So, 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 so. Geschafft. Okay, eine Perle ist da jetzt drin. War jetzt nicht. Grabstein. Noch ein Grabstein. War ja jetzt nicht so mega. Aber immerhin. Okay, haben wir hier noch was? Und jetzt. Ja, Eisenherz holen wir uns natürlich mit. Mehr ist nicht zu holen. Also, sonst noch was hier. Ja, sonst war noch der Gang hier unten. Also, draußen. Okay, okay. Da. Ähm. Da gucken wir mal auf der Karte, wo wir denn jetzt hier überhaupt sind. Wir sind da ganz unten. Okay. Da kommen ja Kollegen hier. So, ich möchte euch jetzt mal platt machen. Ja. Hey. Da. No. Du bist nur的. Du bist.